Okay, angeblich ist das richtig, aber ich fahr mal lieber hier wieder zurück auf die Strecke. What the fuck? Aha, willkommen, liebe Ja-Gäste, eine neue Diener-Time. Letzte Woche bei der Gangs Club ist ja ausgefallen, aber ich hab jetzt wieder wie gewohnt, jeden Sonntag, 18 Uhr, eine Runde Diener-Time. Heute, mit der Burnout Paradise. Und wir fahren hier einfach mal, wir fahren einfach mal längst, weil man kann nicht mal bei diesen Ampeln, die so schönen Rennen starten. Wenn man nicht so dumm ist, da zu längst zu fahren, normalerweise, ja, drückt man die Tasten und zack, kann man dann das spielen. Okay, ja, das machen wir doch, ja. So, wo sind meine Gegner, liebe Jungs? Was, wie sind die so viel schneller, Nitro-Junge? Auf geht's, so. Zack, und wir haben so eine Karre, die angeblich gut für Crash ist, ist also weg mit dir, Junge. Oh, 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 was haben wir denn gehabt? Komm, hier einmal schön in die Ecke rein. Was, 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 was? Was, nicht mich in die Mitte neben mir. Bam. Okay, 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 wie lang? Da oben, eh, oben in der Mitte steht, wie weit ist es denn? Okay, zwei Kilometer in die Richtung. Vorsicht. Bam. Haha. Einfach mal weggenommen. Scheiße. Das gibt extra Nitro, den ich bei dem Auto mache. Ich meine, jetzt den da ran. Oh, nein. Geil, Alter. Wie gut ich bin. Das ist ja unglaublich. Scheiße, wo fahre ich hier gerade? Wow, 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 wow. Okay, angeblich ist das richtig, aber ich fahre mal lieber hier wieder zurück auf die Strecke. What the fuck? Scheiße, ist mein Ziel überhaupt richtig? 0,6 Kilometer? Nein, das ist Seitenstraße. Hoch, 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 hoch. Nein, 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 nein. Ich muss hier, oh Gott, oh Gott, ich muss hier um die Ecke. Fuck, nein. Oh, nein. Das gibt's doch nicht, Alter. Nein. Der Dreh. Fuck. Nein, das ist auch noch die falsche Richtung. Wie ich hier feile, Alter. Wie ich hier feile. Ich war sowas von erster und dann bin ich in die falsche Richtung und deswegen da vorne oder das kackt's hier wahrscheinlich genau. Da, wo der noch gerade durchfährt, Alter. Was? Ah, DJ Atomica. Was war's? Was war's? Road Rage. Was ist Road Rage? Okay. Rennen war wohl nichts für mich. Was ist denn Road Rage? Okay. Alles gut, gar kein Rennen. Ich muss nur welche schrotten und zwar die, Alter. Die sind so schnell, Alter. Bam. Schön die Seite rein. Der sieht aus wie dieser von, von, wie heißt die? Von Cars oder wie dieses Disney, wie dieser Film heißt. Wisst ihr? So, Alter. Ha. Wurz. Er ist da weg. Ich brauche nur noch einen. Ich habe noch zwei Minuten. Yolo. Bam, Alter. Ha, ha. Ja, ja. Ja, und ich bekomme immer mehr Zeit. Ziel erreicht schon. Ich werde mal weitermachen. Das ist genau mein Ding. Glaube ich. Hat der mich erst mal abgedrängt. Aber ich bin nicht getaggedaunt worden. Warte mal. Warte mal, warte mal. Wo seid ihr? Da. Junge. Lila auch noch. Und dann wollen die mich hier von hinten wegdrängen. Aber so läuft es nicht. Nee, der Lilane. Oh, wie fährt der denn? Der Lilane würde ich gleich dran glauben. Ja, vorbei. Euch beide hatte ich schon oder solche Autos zumindest in Art. Aber der Lilane oder Rosane oder whatever. Das ist für eine Farbe. Der bekommt jetzt schön einen mitgezogen. Wow, 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 wow weg? Ne, da vorne ist er. Eine Minute nur noch. Scheiß, Alter. Oh, oh, oh. Nein. Nein. Da vorne ist er. Komm, den bekommen wir noch. Den bekommen wir noch. Das wird hier nicht... Ne, ne, ne. Da vorne. Scheiß, Alter. 50 Sekunden. Bei der Zeit fühlt es sich immer noch manchmal so ein bisschen aus, glaube ich. So, wenn man irgendwas schafft. Da. Take down. Wer wurde getaked down? Der wurde getaked... Yes, ich hab ihn. Ich hab ihn. Bam, Alter. Ziel erreicht. Vier von zwei. Gibt's eigentlich irgendwann... Wo? Ich weiß zwar nicht, was ich gemacht habe, aber es... Ah, da ist er wieder. Da ist er wieder. Denkt er wohl, er kann's. Nein. Ei, 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 ei. Eigentlich sind wir kaputt gegangen, ne? Ein bisschen ist er wohl kaputt gegangen dabei. Aber macht nicht. 20 Sekunden. Haben wir noch. Und da ist er wieder. Da ist er wieder. Kommt er direkt da und da... What the fuck? Wie auch immer ich das geschafft habe, aber ich habe es geschafft. Aha. Und den Rauner. Rein in die Seite. Yes. Und immer wenn man selbst einen Take Down ist, ist es wohl scheißegal, ob man selbst auch kaputt gegangen ist. Weil da bin ich sowas von auch zerstört worden. Na, na, na. Und rein in die Seite. Uh, Zeit abgelaufen. Ja. Das war's. Aber ich hab gewonnen. Und zwar, ich hab sieben statt zwei Take Downs. Oh, wer ist dieser Typ da? Oh, 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 oh. So. Das war's mit der heutigen, ja. Ja. Oh, neues Auto. Ja, geil. Ah, okay. Wie, ich muss mir jetzt... Ich muss mir aus dem Verkehr ziehen. Aber der fährt jetzt nicht dumm rum, ne? Der muss ich mir erst irgendwie suchen. Ah. Bla, 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 bla. Nee, liebe Augen, das war's mit der heutigen Day-Nacht-Time. Jeden Sonntag, 18 Uhr, irgendein Spiel. Einfach mal kurz angezockt, durchgezogen. Bitch-Spaß. Boom, bam, boom. Eine Runde. Oh, jo. Ja. So, wenn ihr Bock auf mehr habt, schreibt es in die Kommentare. Lasst einen Daumen nach oben da. Oder schlägt mir neue Spiele vor. Ich kann auch mal mit, äh, mit anderen Leuten was zusammenspielen. Soll ich mit Simon mal so eine, äh, äh, Fun-Runde. Counter-Strike, äh, Go oder wie das heißt. Äh, Gun-Game. Haben wir neulich mal privat gezockt. Das wäre gleich auch mal ganz witzig für Day-Nacht-Time. Ja, habt ihr Bock drauf? Schreibt es unten rein in die Kommentare. Und dann war's das für heute von mir. Mach's gut. Ciao.